Moin Leute, Timex hier. Ich wollte gerade die Broadstars-Aufnahme starten. Ich habe einen Startup gehabt, der ist direkt Legendary geworden. Gehen wir damit rein. Wir versuchen wieder zu pushen 50.000 Trophäen, wenn ihr euch gefällt. Gerne Kanal abonnieren und denkt an den Creator Code. Wir gucken, was kam. Was kommt? Legendär. Bisher noch nichts, was sich richtig umgehauen hat. Das? Ist der gut? Der ist selten. Kostet 5.000 Bling. Colette. GG. Geil. Können wir den direkt daddeln? Haben wir Colette? Das ist ein Zeichen. Die Sniper-Map ist auch gerade noch da. Ich fand den Skin eh kacke. Dieser Bär. Ja, Digga, lass zocken. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich bin da. Schön mit Air-Server, ja? Natürlich mit Air-Server. 33 Muscheln, Pixel und Air-Server. Die Sniper-Map ist gerade da und ich habe einen Startup gehabt. Der wurde Legendary und es wurde ein geiler Colette-Skin. Ich muss Colette jetzt snipen. Die sind auf 300 Trophäen. Ich bin ready. Du hast auch auf 300, perfekt. Ja. Das ist ja, wie krass passt das alles? Colette, absoluter Tankkiller. Warum, was kann die da so gut? Hank und Anjo ist ein Scheiß-Team. Nur der Anjo kann was machen. Ich habe heute off-stream Hank gespielt, ist 130 Trophäen. Digga, in 70, du flamest die da immer so. Ich finde die in Ordnung. Ja, aber auf so einer Web, auf so einer Web, sag ehrlich. Ja, auf so einer Web ist ja voll dumm. Oh, hier ist der, oh, hier ist der Kuma. Geil, hier ist echt nur eine Kiste, fett. Ja, geil, okay. Wenn wir das Ding bekommen, oh, oh, nice, stark. Gut, wir kommen, hier ist ein, oh, nein, 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 nein. Digga, überall andere los. Ja, aber ist okay. Wir haben, äh, wir sind gegiftet. Ja, ja. Egal, wir sind wieder Top 2. Ja. Ich gebe alles, aber es ist echt schwer. Warum BM die uns? Na, weil sie mehr Cubes haben und denken, dass sie geil sind. Was weiß ich. Na, ich bin tot, aber der auch. Na, okay. Ja, ja, ja. Ah, ein Künstler bekommen. Ah, schade. Nice. Oh mein Gott. Wieso BM die? Wieso BM die? Weil sie Löwe sind, wichtig. Die shit von denen. Ich habe auch so gesuchtet gestern und heute, das ist wirklich krank. Es macht so Spaß. Ey, moin. Moin, moin. Ey, was geht's, großer? Nice, passt gut. Ich habe den Hank übertrieben auseinandergenommen. Geisteskange Double Kill, pass nach vorne. Supershot, Supershot, Supershot. Nice. Holy shit. Oh mein Gott. Double Kill und Tor? Jetzt hast du einen Heimathaft. Three gold. Done. Nice. Aufschreib, Max. Ja, selbstverständlich schreibe ich die auf. 3-0. Star-Spieler, höchster Schaden. Double Kill, Tor. Was sind andere du denkst? Oh, ich spiele gar nicht mal den Arsch gerade. Ich spiele ziemlich gut. Bisschen Tor. Safe. Ball, 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 ball. Ja, ja, ist gut, ja. Nice. Kleiner Daumen. Oh, richtig. Nice. Der war hübsch. Der war hübsch. Das war eine sehr gute Kombo. Da waren alle weggeräumt worden. Ja, sehr gut. Sauber. Man kann einfach die Leute schieben mit der Ult. Das ist schlecht. Bist du der 5.5 kommt dabei? Ich kann nicht. Du musst trainieren, Max. Für Samstag. Mann, du musst immer trainieren. Das nervt. Du bist auch genug. Das wird so geil. Ich muss noch mal trainieren. Wir haben gerade ein neues Update bekommen mit neuen Balance Changes. Guck mal, wie gut Big Spin auf einmal ist mit dem Drawer. Die Gegner spielen dann auch die ganze Zeit. Ich wurde auseinandergenommen. Ich denke immer, es ist KID, aber es ist fucking Lieren. Hä? Das ist Max. Ja, guck mal. Guck mal, so kacke ist der Skin. Ich check mich immer noch nicht, wer es ist. Ich weiß nicht, wer Max ist. Max ist die schöne Ding. Du hast noch das Max übrigens. Ja. Ich bin da. Hey, Reihnahme durch. Selbstredend. Ah. Max Gadget. Warte noch, bis dein Schild weg ist. Jetzt Gadget. Richtig. Sehr gutes Spiel. Pass auf jetzt. Ich bin zu 0 und finischen. Nice. Lass mich tanken ein bisschen. Noch mal getroffen. Der legt oben links. Die Bonny ist noch kommt. Ich ziehe mal, Max. Komplett. Hmm, 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 hmm. Kannst du die Bonnyke-Tops nehmen? Nice try. Äääääääää. Kann das sein, dass die... Okay, langsam verstehst du den Baller besser, ist gut, wird besser. Nice. Double-Kill und Tor bei einem 1-1, ja da ist der Play, guck mal zwei Attacks, dann die Ult, fertig, fertig, noch ein Auto-Attack und dann reingelaufen, 5-2-Star-Spieler, meiste Takedowns und Tor. War sehr gut. Von den Besten gelernt. Wenn du willst, kann ich morgen das Training geben. Ich glaube, du würdest da komplett runtergehen, würdest du es wirklich versuchen. Ich glaube, wenn du wirklich gegen 3 E-Sportler spielen würdest, die würden dich im Spawn behalten, wirklich nacheinander die ganze Zeit Spawn trappen, du könntest nichts machen. Was für eine Scheiße. Wenn ihr einen braucht für Samstag, stehe ich mit. Max, warum ulterst du so oft gegen die Wand? So eine Ult gegen die Wand sehen viele nicht. Also ich sehe jedes, immer wenn du ulterst, sehe ich die Ult gegen die Wand, legit. Einer Schuss in die Wand? Oh, ja. Einer Schuss in die Wand? Egal, ich hab's. Nein, richtig. Richtig. Kult ist tot. Hä? Ich hab' Gott gadget aktiviert, hier schießt durch die Wand, oder was? Mit der Wand kaputt gemacht mit dem Gadget. So will ich vielleicht einmal sagen. Max, was wird das? Ich hab' probiert schon schießen. Ich hab' einen W. Hier wird einer geklaut. Schmutz. Schieß mal, schieß mal einer, schieß mal einer. Ich ulter. Schieß, 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 schieß jetzt. Ich war immun, Junge. Das war mal wert, das war mal wert. Das wäre einfach gewesen. Das war sehr gut, Max. Richtig. Unfassbar. König ihn dann. Schrei, schrei, schrei. Okay. Nice try von Daryl. Was hab' ich da gemacht, Alter? Das war richtig. Ich hab' so hoch geheilt durch meine Star-Power. Guck mal, ein Hit hat mich irgendwie um 4.000 geheilt. Ich konnte die ganze Zeit ulten und schieben. 5-1. Aufschreiben. Schrei mal auf. Hab' was? Hab' mich? Hast du nicht den Ding? Nein, hab' nicht, hab' nicht, hab' nicht. Die Wurst hier. Die Wurst. Du bist gewinert, du Schlawiner. Mal weg. Max Gadget. Max Gadget. Max Gadget. Zu spät. Nein, am Ende. Hast du am Ende gemacht. Du hast zwei Schüsse zuerst abgegeben. Ich geh da mal rein. Max Ball. Max Ball. Max Ball. Max Ball. Max Ball. K strengthpass, bitte. Ich wär' Starspieler gewesen. Ich wär' Starspieler gewesen. Du wirst wirklich der Öl. Du hast mir nicht nur das Tor geklaut, sondern auch den Starspieler. Du bist der absolute Hur ensembart. Du hast mich gefoult. Ich bin frei auf den Tod zugelaufen, ich war beim Torwart schon vorbei und du hast mich von hinten umgegrätscht. Ich habe starke Schmerzen, wenn ich das hier höre. Ich auch, weil ich wurde umgegrätscht von hinten. Ich habe füße zu starke Schmerzen. Dr. Halti hat eine sehr, sehr gute Salbe entwickelt gegen die Schmerzen. Ich habe hier eine Ultra-Dennaz gemacht auf die beiden. Okay, ich habe die M's. Ich habe die M's. One-Shot. Max? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann es nicht. Hallo. Das war doch wirklich das Einzige, was wir nicht machen dürfen. Du kannst den Ball nicht abfangen, wenn du in der Hülp ist. Und der Fang war One-Shot von deinem normalen Attack. Oh, ich bin richtig sauer. Was ist das? Wie töten die mich? Wir haben gewonnen. Bro, wir haben gerade wirklich rund 5 und 6 gleichwertig in der Lobby hier mit einer Person. 7, 7, 7. Kurz gedifft. Noch mal gedifft. Du bist ja nicht ein Stift. Ui. Das stinkt, aber Achtung. Hey, Leute. Ja, kein Problem. Das war hinter der Schmerzen. Wurde eingesauft von dem Typen. Okay. Da hattest du gerade auch schon mal immerhin den Herd angemacht, aber mehr war dann auch nicht. Nice. Holy shit. Max, der Flay. Oh mein Gott, er hat geschah. Er hat geflayt. Oh, guck dir das an. Ich schließe und dann schließe ich die Reise und er beiräumt mit einem Millimeter ins Tor. Ja, natürlich. Oh mein Gott. Natürlich doch. Aufscheiben, aufscheiben. Der beste Move bisher von dir an dem Abend. No joke. Das krasse ist halt, Semantic, musst du jetzt einmal sagen. Ich verstehe es sofort und kann es sofort einsetzen. Das ist halt das Krasse. Ich wünsche, das wäre ein Claire Schwa so mit dir. Ist es, ist es. Nein, nein, ist es gar nicht. Wenn das Ofen Control Deck aus 2017, ich mache dir eine 36-0 Winning Streak in der Grand Challenge. Da gebe ich dir 1000 Euro. Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Ult oben rechts gleich. Ich habe keine Ult. Oh, ich meine, meine ich. Oh Gott. Baby, nimm mich hops. Max. Max, mach was? Oh, ich habe dich gerettet. Nice, Max. X-0 vielleicht, wenn du dich mordest. Nice, Max. Oh mein Gott, Max. Holy shit, jetzt. Oh mein Gott. Mach's Tor, mach's Tor. Triple Kill, triple Kill, komm. Ciao. Mein Niveau und ein Mordes, Max. Mordes, 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 hast du. Pepperdash, nice. Oh mein Gott, er hat ihn wirklich. Hä? Hast du mich gelackt? Das ist mein Game. Bitte, 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 gewinnt und dann haben wir die 800. Bitte, bitte. Wir brauchen eine Mordes irgendwie, Mann. Das ist so dein Matchup, Max. Das glaubst du gar nicht. Oh, nicht Gadget Wasten, nicht Gadget Wasten. Gadget Wasten, scheiße. Mordes, Max, Mordes, Mordes. Full focus auf Mordes. Oh mein Gott, er hat mich gebetet. Mordes, Max, Mordes. Das war's, es ist vorbei, es ist vorbei. Ich hab den, ich mach den noch, ja. Max, Mordes, ich ignorier ihn. Max, Mordes, ich brauche dich unbedingt auf Mordes. Ja, ich mach ihn low einfach. Max, Mordes. Bin da, bin da. Max, Max. Er heilt sich, er heilt sich, er heilt sich. Wichtig. Nicht Habitash, nicht. Er nimmt, er nimmt mich, ist gut. Ich hab gehypercharged. Es war's. Er hat ult, es war's. Digga, wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht, wie das geht. Mordes, 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 Mordes. Verpiss dich, Mordes. Max, nice. Was macht er, was macht er, was macht er? Max, heal, 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 heal. Heal first, heal first, heal first, heal first. Nein, ich muss kurz davor, Junge. Gehalten, gehalten, gehalten. Gehalten, zu unentschieden. Oh, schade. Per 100% Bug für dich, das ist so geil. Das kann doch nicht wahr sein. 100% Bug und so ein Matchup. Ich hab ein Triple Kill gemacht. Oh, das ist so gut. 100.000 Damage. Ich fand das in dem Predigt. Ich bin schon krass, ne? Als Pro-Spieler. Das ist krass. Began, lass mich bitte auf 800, bitte. Immer Hauptsache, Ulten, Full Life und Gadget, wenn du low bist. Und Gadget, wenn du maximal, äh... Na? Ich bin die Ulti. Oh, klar mich. Cringe. Komm, 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 Max. Hey. Du kriegst der Schweine, das ist ein Duck, das ist ein Duck. Wenn der Ult ist. Schade, nice, das wäre fast gut. Jetzt trauen wir, jetzt trauen wir, jetzt trauen wir. Scheiß los, Digga. Du hast einen Fang im Mund rum, Gras. Oh, Max, 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 Max. Max, du hast ihn grade gemacht, Revive, Digga. Du hast ihn grad jetzt Revive. Hallo, mach ich noch was! Was soll ich machen? Der Dauer-Ult, der Dauer-Ult. Legs mit dem Dau-Ult. Was ist der, das ist, wie unlogisch ist der? Nice, gut durchgelaufen. Max, plus Habitschaft. Nee, ich waste'n. Wieso, was soll ich den denn einsetzen? Wann ist er denn nicht gewöhnt? Weg von dem Heink. Äh, wenn du Ult hast. Wer tut ihn denn? Hypercharge den, Hypercharge den. Oh Gott, Hypercharge. Renable Max, das hast du. Gadget, nice. Ult jetzt für jeden Moment. Ult den. Wichtig, Max. Fang kommt jetzt. Warte in die Ecke, Max, gib mir den Ball, gib mir den Ball. In die Ecke, damit den Ball. In die Ecke, pack den einfach ganz schön in die Ecke. Wir machen jetzt SG Gaming Threats. Ganz schön in die Ecke. Ja, SG Gaming Threats. Darf man die? Genau so. Ja. Habe ich mitentwickelt. Im Competitive. Du hast damit angefangen, Digga. Du, das erste, wenn ich mit dem Brawlburg gespielt, hast du gesagt, Kornos. So, nehm ich Schett. Ach die Sau. Können wir kurz einen Starplayer-Check machen, die letzten Games, die wir so haben? Ganz schön, ich dabei. Kannst du, kannst du mal bitte ins Battlework gehen und da mal ein bisschen unterstreuen? 3, 2. 75.000 Damage. Ich habe mehr Damage gemacht als du. Überleg dir das mal. Und Big Spin ist der Damage-Dealer und kriegt gar nichts hin. Ich bin nicht der Damage-Dealer, du Eierlecker. Ja. Big Spin hatte 3 Starplayer, Trimax hatte 2. Und ich hatte nur den Rest. Danke, wir haben es. Was für ein Danke, das war überhaupt keine Bestätigung. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, war das eine harte Geburt. Bis 800 ist gut, wir müssen lernen loszulassen. Weißt du, letztes Mal, wo wir instant bei 900 waren. Also wir haben eine 35er Winning-Streak bei 900 und dann waren wir 2 Stunden lang bei 900. Ich sag mal, wir können die Reißleine ziehen. Wir können mit dir Brawl Ball bis so 700 spielen. Danach müssen wir Modus switchen, wenn wir einen hochbringen wollen. Wahrscheinlich, ja. Damit ihr Play machen kann, cool, aber ich fasse die nicht wieder an. Ist sehr schwarz zu spielen. Muss nicht mehr, zum Glück. Ist fertig, 800 check. Wir müssen jeden auf 670. Jeder, der auf 800 ist, ist ein Segen. Dann auch einen schönen Abend. Tschüss, tschüss. Alles klar, bis dann. Bye, good night.